Eieieiei Die Ancient Fruits, Leute, die machen's Die ganze Ginger Island Farm ist jetzt mit Ancient Fruits voll, Digga, das wird so viel Money Und im Frühling können wir hier auch ganz viele hin machen Die bleiben auch das ganze Jahr über bestehen Das heißt, wir können dann Richtige Gönnung abhalten Ding können Yamin machen, geil Ding können Yamin machen Ach, diese Musik Ding delicious Ich muss dir eine Secret Note geben, ne? Komm her, Henry, komm her Komm mal direkt rüber, ja Hast du eine Secret Note, ne? Bitte? Hier, Raul, mach hier unten mal noch ein Ja da rein, damit der auch produziert Ja, Moment Secret Note, hier Thank you, Raul Sei die Zehner, sei die Zehner Verdankt, das ist irgendwas anderes Ich muss Würmer umgraben, ne? Dann finde ich Secret Note, so war das so Ja, und die fetten Steine Ja, oder dicke Steine, na, na, genau Ah, okay Nein, theoretisch kann Secret Note überall drin sein Das ist ja schon mal gut, ne, ist ja auf jeden Fall nicht Ich bin beim Angeln und so, kriegst du die glaube ich auch, oder? Ja War da nicht sowas? Glaub auch Echt? Oh krass Wie gesagt, ich glaube die können bei allem rauskommen Hm Ach ne, die Sprenkler kommen ja zu den Samen Zack Boah, ich will unbedingt das Ding mal beim Blacksmith knacken lassen Aber wahrscheinlich sind da eh nur so normale Edelsteine drin Ja, glaub ich auch Richtig boring Boring Bär Ja, die Sachen, also dann bringt's ja noch gar nichts zu Level 100 zu gehen, ne? Ne Also, ich meine, was ich natürlich... Aber trotzdem lustig Ey, guck mal, du hast dieses geheime Päckchen von Mr. Key gefunden Ja, genau, das müssen wir zum Blacksmith irgendwie noch bringen, der kann das aufmachen Ah, dann Attacke, lass doch mal hinschengeln Oh, komm mal mit Ja Das ist ein New Content Richtig geile Content Kauf hier reinschrauben Machst du dir jetzt euch schon wieder angeboten Oh Oh, ein Kaffee Ach so viel Aber ist ja auch egal Die Warte ist eigentlich egal, weil ich will ja eh den Tübel pro Sek Ja, egal Danke Hä, Nia ist ja auch am Start Scheiße, die Bäume sind wieder normal, ne? Wir hätten mal gestern beim grünen Regen die Bäume ernten sollen, ob da irgendwie was besonderes passiert wäre Ach so Und So Wie gesagt, die ganzen Bäume, die ganze Vegetation sah alles anders aus beim grünen Regen Upgrade Tools? Ne, Prozessdiotes Ah, jetzt macht er Da sind nochmal zwei drin in der einen Geil In der einen Mystery Boxen, in der zwei Mystery Boxen drin Dann habe ich ein Portal für Beach Totem Oh nice Ja gut Und irgendwelche Seeds, was ist das? Mixed Flower Seeds Ja, das war's Ah, die sind auch neu Mixed Flower Seeds gibt es auch Alter, nice Lass die mal direkt, kann man die einpflanzen jetzt direkt? Kein Plan, warte mal, ich schmeiß die mal raus Ah Ah Wieder aufgenommen Und Ah, zehn Zehn Stück Zehn, ja leider Ah, okay Ja, die pflanze ich doch mal direkt ein Safe Ja, und Beach ist ja eigentlich auch geil, so ein Totem Ja, safe, kannst du direkt morgens schon mit Angeln loslegen, ohne Zeit zu verlieren Aber wie geil das auch ist, dass in so einer Mystery Box einfach noch mehrere Mystery Boxen drin sind, denn theoretisch ist das so ein Daueraufhänger, ey, ist voll geil Kannst du einfach, kannst du einfach irgendwie easy das alles, äh, kriegst du einfach 20.000 Mystery Boxen Das ist natürlich geil Das ist wieder so ein Item, was du dir dann kaufen kannst, Pay to Win Oh no Achso Du brauchst gar nicht mehr spielen, du brauchst nur Geld Den ganzen Spaß kannst du dir sparen Ja Geil Ich liebe es, wenn ich mir den Spaß sparen kann und nur den nerfigen Teil hab Spaß Voll teuer auch dafür bezahlen, wenn du das nerfiger hat Ja, ich hab's gezockt, aber es hat viel zu viel Spaß gemacht Toll Danach, danach hab ich's geupgradet und es war arschteuer und es war richtig nervig Oh, geil Ja, ja, es war richtig scheiße Ich hab's auch dreimal abgestürzt beim Zocken, es war richtig Hammer Ich dachte schon zuerst, ich hab wirklich top Qualität da gehabt, aber Gott sei Dank Ist alles dann doch nochmal beschissen gewesen Und dann mach ich das auch so, Gott sei Dank noch und dann musste ich die Qualität auch noch fünfmal runterschrauben und das war ein Traum Nee, nee, ich hab sie hochgeschraubt, aber es war alles beschissen, Gott sei Dank Trotz typisch, ist das nicht Ja, war's nicht Warum muss man das denn? Oh So, sind die noch geschleppt? Wir brauchen ne große Kuh und ne große Ziegenmilch Ah ne, große Ziegenmilch haben wir Ne große Kuhmilch müssen wir verkaufen Ja, ist die nicht im Kühlschrank? Ja, ich hab hier Ah, das kann sein, ja, nice, nice, nice Stimmt, genau, du bist ja der Kuhmann Ähm, ich weiß nicht, ob du da irgendwie noch was über hast Also wie gesagt, ich hab das glaube ich bei Raymond da im Kühlschrank geballert, demnächst Jojojojo, hab gefunden Perfekt Ding Weil dann können wir, kann ich nämlich schon mal hier ein bisschen gucken, dass wir die, ähm Äh, Dingens komplett kriegen hier, die Collection Was könnte das sein? Kleine Eier kriegen wir nicht mehr, ne? Müssen wir irgendwann nochmal eventuell ein Chicken Neues Chicken coppen Ja Ja Unsere sind schon zu geil Zu Upgraded Unsere sind schon zu geil Geiiiil Geiiiil Das ist die Lieblingskarte, was soll das? Jetzt noch besser Na, na, na So, dann haben wir das Harz Ein Bier, wir brauchen ein Bier Bier haben wir doch hier gehabt, oder? Saft Ist da Bier? Ne, ich glaube ich, ich produziere mal ein Bier Ne, ist kein Bier Ich produziere mal drei Biere, vier Biere, dann können wir auch noch eins trinken Leute, wir haben es aber auf jeden Fall geschafft, ne, die Slimes paaren sich jetzt mit den anderen Also das ist irgendwie anscheinend scheißegal Jetzt haben wir jetzt schon drei Tiger Slimes, das ist schon krass Oh, nice, dann könntest du die Lelani ja killen Alle, oder? Ja, Austin Must be purged Must be purged Und dann wird alles sauber sein Oh, nee Nicht der Herrschung wieder Ach, hier ist die Milk Mach ich die mal mit rein? Hier ist der Ziegenkäse Ja, hier ist ein Ziegenkäse, der lila ist, soll ich immer verkaufen? Hm, nee, warte, warte, hier, der war hier, ne? Lass den da mal drin für die, ähm, im Herbst dieses, wo man seinen Schaukasten da ausstellen muss Achso, okay Weißt du, was ich meine? Nee Das ist eine Festival Das ist eine Festival, wo man da dann neun Items reinmacht und dann, genau Ja Aber ist da Ziegenkäse so gut? Stimmt, Ziegenkäse war überraschend gut, ne? Naja, es ist halt ein Video, also man braucht halt am besten neun richtig geile Sachen, äh, von verschiedenen, hier verschiedene Kategorien und dann halt gute Quali Ja I see, I see Renounced I see, Reners, Reners, Reners Fuck, jetzt schmeckt der Boy So, perfekt Und ich hab sogar theoretisch alles, dass wir morgen wieder in die Hülle gehen können, aber Theoretisch kann ich mir das jetzt erstmal sparen, ne? Ja nix, ne? Aber Pierre, du stehst doch hier im Laden, Pierre, kannst du mir nicht noch schnell kurz dieses eine Teil verkaufen? Nö Du hast mir meine Tochter geklaut So nicht, Tochterklauer Tochterdieb Ja Ja, eigentlich kann ich jetzt nur auf Secret-Notes-Suche erstmal gehen, das lohnt sich glaube ich am meisten Dann geht's auch fix Oder wollen wir noch irgendwas auf der Tropical-Insel machen, gibt's da noch irgendwas zu machen, außer diese Nüsse suchen? Die Kristalle suchen Die Kristalle farben, die Shards Stimmt Stimmt Shards und dann aufwerten wieder, ne? Waffen und so Ja Ah, man muss das Rezept kaufen für 5000 Gs, Raymond, bei Robin Da lauf ich mal direkt rüber, wa? Äh, hm Das schaffst du nicht mehr bis 6 Nein Ah ne, ich hab nur bis 6 öffnen glaube ich Ja Gut, also Ja, das müssen wir morgen machen Weil dann würde ich das nämlich direkt noch bei Robin drin Äh, ja? Aber sie ist nicht mehr am Schalter, ne? Nee, genau Ja, die ist grad nach Hause gegangen, aber die ist nicht am Schalter und das bringt nix Ah, hier ist Gold Leider Bei uns am Teich Und es ist weg Dreist Ich hab mir grad die Pfanne geholt, verdammt Und es ist weg Ja, deswegen Weißt du, hier wenn das Timing dich hier, wenn das Timing dich so hops nimmt, Raul, dann musst du dir die Idioten-Mütze aufsetzen Was haben wir die Idioten-Mütze? Mit dem Propeller Die Pfanne, die Pfanne, ne? Ach, das Ding, ah, nein Weil ich hab's einfach geholt Ich hab's einfach geholt, um das Gold dann daraus zu angeln und dann ist es genau vor unseren Augen verschwunden So über Asterix, wo sie sich so Trichter aufsetzen Was soll das? Richtiger Seppel Ja, als Zeichen, dass man verrückt ist auch Was soll das? Oh, da hätt ich fast alles einsortiert Du bist nur verrückt, wenn du modisch auch richtig mithalten kannst Modisch? Ja, mit dem Hut, ne? Du musst schon zeigen können, dass du auch verrückt bist, sonst glaubt man's dir nicht Kannst dir einfach sabbern oder so, oder nackt an der Kreuze rumstehen, das glaub ich dir nicht Das ist unprofessionell, man muss schon professionell verrückt sein Wie macht man das nicht? Mäht, haben wir noch irgendwo Mäht? Du stinkst nur ab gegen die ganzen professionell verrückten Leute Die machen das auch schon viel länger, das sieht man auch Und sie sind also professionell verrückt Ja, ich bin jetzt seit Jahren professioneller Wahnsinniger Professionell Wahnsinniger Ich hab sie nicht mehr alle Ich hab das gemacht, meine Eltern hatten sie schon nicht mehr alle und dann dachte ich, das mach ich ja auch Ja Ganz offiziell bin ich wirklich, wirklich verrückt Ich bin gefährlich Ich hab da nie was zugeben Das ist normal reden auch so darüber, als ob das so fühlt Okay ist Ja, ich bin irre und ich hab auch ein Zertifikat dafür Ich musste auch ein gruseliges Lachenkurs machen und einen Kettensägenkurs Habe ich alles mit Bravour gewartet Oh, wie das ist cool Ja Richtiges Hogwarts dafür Tinte, das ist hier Tinte Die beste Dote habe ich in Psycho schief gucken Da habe ich meine beste Dote drin Und in Tiere quälen Oh Gott Oh Mann Das ist doch voll nichts Besonderes Jetzt kann sich jeder Depp Einfach ein Arsch ist Ja Du brauchst doch irgendwie über die Skills höher Ja Mach ich das so richtig? Nee, nee, da müssen sie noch ein bisschen doller drücken So ein bisschen reinspucken in die Wunde Ein bisschen reiben Hemisch lachen Das Tier schreit noch nicht genug Okay Oh Mann Es leidet noch nicht genug, das sehe ich doch Es lebt doch auch noch was Schau mal auf, ich zeig dir mal wie das geht Boah Das ist krank, Mann Ja, oh Mann Bringt nix Ich zeig dir das mal Geh mal zur Seite, lass los Schnell stehen Geh mal zum Weg jetzt Lass mich mal ran Wenn's so quiekt, reicht's noch nicht Wenn's so quiekt, reicht's noch nicht Oh gut, Alter Schon mal ins Bett grad Ja, ich muss auch Ich muss mich auch hinhauen Hau in die Sack Ja, ich dann auch Ups Oh schnell Hitting the Sack Hitting the Sack So, good night Bang 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 Geh ich direkt mal zu Robin heute Was tust du da? Kauf die 1000 neuen Rezepte Ich komm mit Hau in die Sack Ja, das tust du Einfach erklären Ich muss auch einfach sagen, wie's ist Ja, das ist Wenn du so dreist bist, ey Warum geht meine Energie nicht auf Max? Dann hast du alles erreicht Hier, wenn die Reihe hier fährt Warte, was war hier oben fertig War das Meht? Janice? Ja, ich glaub das war Meht Wieso? Magst du das einmal rüberreisen? Jo Meht Das sieht so aus Meht Das fehlt noch Wenn das Bier rauskommt Zumid Oh, ach Die Zigarre Silger Da ist eigentlich mit Abigail, die steht vor der Tür Ey, die Bäume die haben jetzt, die setzen jetzt Moos an Ist ja cool, ja Seit dem Regen wahrscheinlich nicht ja das kann sein 9 uhr machen die er macht jetzt auf dann kann ich noch mal so ein baum mit der erste schlag macht das moos weg und dann kannst du halt das ist gar kein tropical port sondern rein zum beach es ist nur ein tic tac egal ich habe darüber um ein ticket rein kommt mit zu robin wieso kriege ich jetzt ein erfolg für die island da war ich doch schon er hat den erfolg der kam jetzt erst dazu das trick das geben nicht was man schon erreicht hat sondern frage heißt na gut so neue residen und zeigt mal herr robin was hast du noch so feines laden um unity upgrade große truhe rezept zack was von gekauft habt ihr das jetzt auch frage ich mich was denn die das rezept für die große truhe habe ich gerade gekauft ist das nur für mich oder gilt das auch für euch ich glaube nur für mich ne ist das nur für dich denn ich sehe sie nicht ich hab die nicht man kann sich jetzt man kann jetzt hause upgrades machen man kann die community upgraden das ist ja mega cool big chest ich muss es mir selber kaufen ja dachte ich mir feuerschale marmor feuerschale was skelett feuerschale ich kaufe die mal die sieht nämlich sehr geil aus und kostet nur knochen fragment von denen haben wir so viele geil okay ansonsten nichts soll es sich neuen katalog gegeben haben oder wurde der katalog den wir haben einfach keine ahnung verbessert dann kauft ihr doch die rezepte hier alle raus damit die hast du dir sicher wir können wir können jetzt ja mach doch wir können ein haus bauen dann muss sie nicht mehr im wohnwagen wohnen hat sie hat so trailer und wohnt ja eigentlich gut so und dann ist nicht die erste überlegung dass man sich in den haus für linus bezahlt nö es wird er für den bürgermeister noch ein geileres anwesen machen der braun ist ja der bonze der bonze ist könig naja henry hat mich gerade den fisch gedroppt ja ja aber ich habe ja an so eine tote ratte gedacht oder ich habe mir nur den hohen sagt entfernen lassen ich weiß nicht was das ist hier bababoo das ist das kaffee auch dann so schneller essen wie so ein hund das ist doch so wenn du den hund passierst du da und dann kauen die schneller und weil das soll überhaupt nicht geben das ist ein knochenfragment das haben wir doch auch noch irgendwo ziemlich safe seafood dass wir das hier irgendwo haben aber ganz selbe seafood so und so joa also das nenne ich mal deutlich mehr platz ja moin wieso geil übelst geil nice also da brauchst du auch nicht mehr so viel sortieren und kostet ja nur copper bars ja is alter ja 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 das ist schon ein stauraum das mache ich jetzt mal mit allen kisten zehn elf zwölf zwölf mal drei und hier sind es zwei, drei, drei ich überlege sogar fünfzehn mal fünf alter ich hab mir mal kurz ein knackt man die goldenen kokosnüsse auch beim blacksmith oder wo macht man das ja ja ich glaube ja ja machbar ok pack mal kurz mein stuffy rein so und außerdem das copper brauche ich grad nicht mehr warte mal elf eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf häh, genau richtig na gut ähm kannst du mal das wieder oben reinschmeißen und iridium nachschmeißen oh der explodiert ja crazy oh ist das satisfying man kann einfach so draufsetzen ohne dass man alles rauskramen muss oh das ist ja mega gut oh gott sei dank haben die das so gemacht ich dachte mir schon ich muss jetzt hier übel einen abbrechen ne ne du dachtest schon du müsstest wieder einen saftigen brief schreiben ja der sich gewaschen hat ja waschen 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 ist glück gehabt glück gehabt ihr penner kurz davor schon wieder ich hab schon einen vordruck von so einem brief ja nächstes mal irgendwann wird's Zeit ich muss nur noch das Thema ersetzen und fertig aber alles andere ist schon vorbereitet gleich abschicken und nerven ja holt's mal ab glaub mal eigentlich wer das ist ey ist ja nicht alle tage abend wir sprechen uns noch glaub mal wir müssen sehen was da verlassen konnten so behandelt zu haben du hast doch von meinem anwalt ja man ich soweit war und du so hab du Untertitelung des ZDF, 2020